Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ich hoffe, ihr hattet alle schöne, besinnliche Weihnachten und ein Fest, wo ihr wenigstens einen kleinen Teil der Familie sehen konntet. Jetzt gebe ich euch noch den letzten Gewinner bekannt, den Clinissimo Spray Mop hat gewonnen. Und es wird wieder spannend, wir starten die letzte Verlosung für dieses Jahr für den Clinissimo Spray Mop. Wir haben 26 qualifizierte Kommentare und starten die Verlosung jetzt. Den Clinissimo Spray Mop gewinnt Drew Baker. Herzlichen Glückwunsch. Dein Kommentar, schade liebe Sophie, den Food Prozessor hätte ich wirklich sehr gerne gewonnen. Na gut, dann auf ein neues, Hashtag Verlosung, dann mal nicht kochen, sondern sauber machen. Das ist auch okay. Herzlichen Glückwunsch. Schreib mir schnell deine Adresse und ich schicke ihn dir zu und du kannst vor Silvester noch Großfeine machen. Ich hoffe, euch hat der Adventskalender gefallen und ihr bleibt meine Abonnenten. Bis bald, eure Sophie.